Hallo und herzlich Willkommen zurück bei 7 days to die. So, brauchen wir noch irgendwas für die Ward-Owner. Gut, ist okay. Ach, da habe ich schon. Brauchen wir noch nicht mehr. Die Hose. Na, dann lassen wir noch die an. Was brauche ich denn da? Ich glaube, da brauche ich... Okay. Veränder. Verändern. Tragen. Na komm. So. Rein da. Rein da. So. Ich habe noch ein paar spitze Eisenstämmer. Warte mal, da bin ich eh falsch. Da rennt auch noch. Da kann man. So. So, was ich gerne auf jeden Fall noch hätte. Vera. Okay, damit wir mal Eisen los. Das ist auch doof. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. So. Ach jeezer, sorry. Ahem. Ich habe übrigens die Zombiemenge bei der Orde erhöht. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Und wie stehe ich hier voll auf dem Bambelfeld? Ich habe den Bambelfeld, aber ich habe den Bambelfeld, aber ich habe den Bambelfeld. Oh. Ach, warte, da holen wir uns das Ernte-Tool. Okay. Ja gut. Ist er hoch da? Alles rein da. Rein da. Nehmen wir mal das da kurz mit, ernten und schon dann, was wir brauchen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt hat mich die Drohne neben mir geschreckt, sag doch mal. Sehr gut. 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 Es mal wieder. das ist irgendwie sehr ruhig noch wenn ich gerade von irgendwo ein überfelder herkommt so genau und die gesamtzahl der zombies auf der karte habe ich auch erhöht weil mit meiner jetzigen computer sollte das ja eigentlich gehen so 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 kurken hatte ich jetzt eine menge angebaut aber ich glaube es waren noch die die man gefehlt haben so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier auch noch. So, hier auch noch. So, dann gehen wir das mal hin. So. 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 So, gut. Dann haben wir hier was. So. 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 說 So. 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 Hm. Ja, gut. so so Nur noch verdammt ruhig. Gut, die da. War mir aber recht selten. Gut, die da. Gut, die da. Sehr gut. So, komm. Genau. Ich wünsche mir echt eine Funktion, hier plant das Feld an. Oder dass die Samen stehen bleiben. Oh. Serious? Okay. 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 So. Okay. 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 So. So. Okay. 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 So. Okay. 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 Wir sollten nochmal schauen, ob alles repariert ist drüben. Was für die Horde alles okay ist. So. Die 128 lassen wir mal. Karotten. 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 Das sind die Karotten. Das sind Erdbeeren. Aufmerksam. Wo? Ja. Das ist auch mal ein. Das ist doch. Das ist ja gar absolument löst. Wenn ich an den Dachstattag. Ja. Das ist so. Ich bin der, der, der!" Aber das ist ja gar nicht. Oh, das ist ja gar nicht. Ich bin der, der. Was ist denn, der? Das ist ja gar nicht so. Oh, wirklich? Sehr gut. Sehr gut. This one the outbound. Let's bomb another little plot for the peltsa. We are much weaker by the peltsa. Die kann ich auch aufs Gras setzen, aber die haben wir gerade auf Fläche, die frei ist. Na gut. Eigentlich hätten wir hier ja auch noch Platz. Die haben wir jetzt auf, der wir sind schon mitgegen. Das ist doch so, wie wir schon mal hier sind. Ich bin die Fläche. Ich bin die Fläche. Oh, das ist noch nicht so. Ich bin die Fläche. Ich bin die Fläche. 1 Hm? cool Das war's für heute. Was ist das? 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 Vegetables? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? gehen? Was ist das? machen? Apple? coconut? coconut? Was ist das? das Zucker hinter. Destosteron haben wir da ein bisschen. Was ist denn noch? Kunststoff. Klebeband. Gut. Ich glaube, der ist so ein Passwort. So, Dosen. Okay. Tausend Kammerfleisch. Oh Gott. Das kann da her. Da her. Da her. Erdbeeren. Röntgen. Pilzern. kingdom. Ordnung. Hmm. werkzeug übergeben wie lange braucht das 11 das machen wir die nachher ich brauche jetzt ein werkzeug und zwar das hier und eventuell das hier ja es glaube ich zwar nicht dass ich brauche mal mit ja gut 20 ok es dauert jetzt ein bisschen wobei wird das da ganz nach hinten stellen und das war super kann man auch dahinter stellen ok dann kommt jetzt relativ schnell das essen raus in zwei minuten passt so gut ich sage ich mal tschüss bis zum nächsten mal und jetzt haben wir dann noch eine vorbereitung und dann haben wir die harte ich sag mal tschüss bis zum nächsten mal Vielen Dank.